Loll, da hinten kämpft. Da kämpft ein Wolf gegen ein Schaf. Dem helfen wir. National Geographic, da halten wir drauf. Oh, die Unkomme, der haut den auf. Der hat schon Waffen, der Bro. Jawohl, Teamarbeit. Nice. Das ist ein Skelett. Das ist ein Skelett. Oh ne, oh ne, oh ne. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Wir spielen Lego Fortnite. Yeah, der neue Lego-Modus in Fortnite. Mit wir bin nicht nur ich gemeint, sondern auch Jan. Hallo. Ich hab schon lange nicht mehr so eine Antwort gemacht. Das klingt so schagend. Ich wusste nicht, wie ich mit drin bin. Du bist mit dabei. Keine Angst. Also, kurz zur Erklärung. Wir spielen Minecraft in Fortnite in Lego. Aber wirklich. Fortnite hat einen Lego-Modus rausgebracht, wo man jetzt hier so seine Welt erstellen kann. Und wir wissen beide nix. Deswegen gehen wir mit euch einfach mal rein. und dachten, wir nehmen das mal für euch so ein bisschen nebenbei auf. Jo, mal gucken, ob's was wird. Mal schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Auswählen. Oh, es gibt richtig viele Sachen. Spielmodus. Spielmodus überleben auf jeden Fall. Ja. Man könnte ein Seed eingeben. Feinde an, Hunger an, Temperatur an. Es gibt Temperatur. Das wird so wie Breath of the Wild oder so bestimmt. Oh shit. Breath of the Wind. Guide of the Wind. Starten der Windeliminierung an. Achso, okay. Fendi-Fier an. Inventargegenstände bei Eliminierung fallen lassen, ja. Feindliche Kreaturen an. Dorfbewohner an. Digga, es gibt Dorfbewohner. Okay. Boah, das sagt halt mal nicht Martin. So. Welt 1 von Schlondo. Starten. Ich bin so gespannt jetzt. Ich kann mir gar nichts heute vorstellen. Ich weiß gar nichts. Ich hab den Trailer gesehen, aber... Mal gucken. Wir haben einen Fehler gefunden und konnten die Welt nicht erstellen. Erneut versuchen, bitte. Du, jetzt komm ich schon gleich. Oh. Wir sind in der Welt. Oh. Und wir haben einen Begleiter. Ein Bärchen. Ein Bärli. Ein Bärli. Der übrigens ein bisschen schwebt. Der steht doch nicht am Boden, oder? Bei mir ist der Klin... Achso, warte, warte, warte. Cut. Herzlich willkommen zurück... Oh, er macht mit. Herzlich willkommen zurück bei Reboiled. Wir sind angekommen in der Welt und es sieht aber wirklich sehr geil aus. Ey. Rebrick. Rebrick. Wir kommen zu Rebrick und Reworld. Das sieht ja mal insane schon cool aus. Ich lieb's jetzt schon ein bisschen. Okay. Es gibt eine Map. Oh, das ist jetzt so geil. Das ist aber so geil. Okay, komm. Kuschelbeauftragten reden. Er soll endlich nicht emoten. Wo bin ich hier? Wer bist du? Wer bin ich? Warte, die Antwort auf die letzte Frage weiß ich. Ich bin die Kuschelbeauftragte. Wie schön, dich zu treffen. Und du bist... Und du bist Schlondo. Warum klingt das vertraut? Ich kenne die noch aus Warcraft-Zeiten. Safe. Ich bin froh, dass wir gemeinsam hier sind. Das könnte hier gefährlich sein. Wir sollten uns vorbereiten. Nur für den Fall. Okay. Das war's schon. Ich bin auch mal mit dem. Man hat's eh was gemacht. Hallo. Jetzt emotet der. Jetzt kriegen wir zu überlegen. Ach. Alles, ey. Okay. Baum... Ja, ich denke mal... Boi-Mack-Kloppen, oder? Hoi, hoi, hoi. Minecraft. Oh, Minecraft. Minecraft. Es ist Minecraft. Es ist Lego Minecraft. Fortnite. Reworld. Reworld. Alles. Alles einfach. Oh mein Gott. Ich bin nicht. Lass die Schafe boxen. Komm mit. Was? Lass die Schafe boxen. Okay. Schafe. Ja, hier geht raus an die militante Veganerin. Hallo. Hallo. Oh, ich kann nicht streichen. Ich kann nicht... Okay. Nicht mehr. Wir brauchen Essen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir brauchen Essen. Man kann Dünger einsammeln. Dünger? Ja. Hast du gedacht, du machst die Scheiße von den Schafen aufgenommen? Ja. Bäh. Du hast Hunger. Na, dann essen wir doch mal was. Oh, den dicken Baum können wir noch nicht. Ist das geil. Das ist irgendwie so eine ganz komische Mische aus der Fortnite-Grafik und Lego da. Ich habe jetzt Fleisch gegessen. Wie craft ich? Also auf Kuh machst du Bauen. Wir können mit dem Lagerfeuer anfangen. Ja, machen wir doch ein Lagerfeuer hier hin, oder? Machst du das? Lass doch unter dem Baum hier siedeln. Ja. Machst du oder soll ich? Ich mache das. Und mit Tab gehst du ins Inventar. Das ist relativ übersichtlich. Ich habe ein Feuer gemacht. Kann ich da jetzt mein Fleisch? Das hätte ich vielleicht auch machen sollen. Einpacken? Ne? Ne, jetzt esse ich das. Das möchte ich ja gar nicht. Ne. Ne, egal. Ich lasse das jetzt aber. So, zwei neue Baurezepte. Werkbank. Was brauchen wir dafür? Kann ich das schon so bauen? Für so... Werkbank bauen wir Holz und Granit. Loll, da hinten kämpft. Da kämpft ein Wolf gegen ein Schaf. Boah, dem helfen wir. National Grail Graphic. Da halten wir drauf. Ich glaube... Aber fickt der nicht jetzt uns? Yo, du fickst ihn einfach. Oh nein. Der ist noch zu stark für uns. Lass ihn weg. Wir haben nichts. Ha? Sehr gut. Oh, scheiße. Oh, yo, guck mal. Der haut den auf. Yo, der hat schon Waffen, der Bro. Der hat schon aufschlagte. Ja, wir haben die Teamarbeit. Nice. Ich glaube, die Ressourcen werden noch nützlich sein. Wir machen mir Sorgen wegen des Regens. Vielleicht brauchen wir einen Unterstand. Du kannst eine kleine Hütte bauen. Unter der Kategorie Gebäude. Spinne! Okay, du machst Gebäude. Ich kümmer mich um... Okay, okay. Ich kümmer mich um die Werkbank. Klingt das noch ein Plan? Yes. Wir brauchen mehr Holz, definitiv. Auch Granit. Ah, hier verwar doch eins. Klingt auch überall rum. Die Steine am Boden sind einfach Granit. Man hätte das auch Stein nennen können, aber es ist Granit. Es ist Granit. Ja, das ist wie Andesit. Ja, klar. Oh, der Baum ist zu groß für mich. Ein Granit. Oh, ist das geil. Hier gibt es doch bestimmt richtig viel zu erkunden. Stimmt. Oh, Enderdrache. So. Jetzt bauen wir hier mal ein Haus. Pass auf, ich baue jetzt... Ich baue jetzt eine Axt. Ich baue jetzt ein Haus. Pass auf. Bist du bereit? Ja. Ui. Starte mit dem Bauen. Oh, man kann das voll customisen, Alter. Super. Bauen. Yeah. Dass ich das jetzt alles einzeln bauen wollte. Ich bin hier am Konstruieren. Moment, ich muss was drehen. Nicht genügend Ressourcen. Ach, ich brauche... Ja, brauchst du Ressourcen dafür natürlich. Ja, macht Sinn. Ein Grill. Und ich bin am Verhungern. Du kannst Grill bauen. Ich kümmer mich. Ah, für Grill brauchen wir einfach... ...dreißig Granit. Wir haben uns noch einiges. Oh, denk an deinen Hunger. Man hungert sehr schnell, glaube ich. Ich wollte mich jetzt erst mal drum kümmern, dass wir vernünftiges Werkzeug haben wollen. Wir können uns jetzt ein Ding hier... Ach, schon. Ich habe Kürbisse. Wir können uns Spitzhacke und so bauen. Oh ja. Das wäre vielleicht was. Kann man uns mal die Ressourcen dafür. Ey, sag mal, was ist das jetzt aber hier? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Und was hat Fortnite jetzt eigentlich vor? Möchte das jetzt irgendwie so ein... So ein Mehrfachspiel werden? So die... Ja. Auf Basis so, yo, wir haben eh schon... Wir haben eh schon eine gute Basis für ein Game. Da bauen wir jetzt einfach andere Sachen mit rein, oder? Ja, sie wollen ja... Also, sie haben... Das Update ist ja wirklich insane groß. Und sie wollen ja so ein bisschen Richtung Roblox gehen. Das sieht man ja auch im Menü mit den ganzen Spielmodi und Custom Maps, die es gibt. Noch dazu haben sie ja im Hauptgame Fortnite... Das gesamte Movement und Waffengame optimiert. Hast du ja auch gemerkt, wir haben ja schon ein paar gespielt. Ja. Und dazu gibt es halt drei neue... Richtig... Also, wirklich neue... Spielmodi. Und das eine ist halt Lego Fortnite. Das ist halt mit der Franchise von Lego, obviously. Dann gibt es halt... Lego Racing oder... Nee, nicht Lego... Quatsch, Lego Racing. Fortnite... Race... Irgendein Racing-Modus. Das ist mit der EP von Rocket League. Okay. Und dann halt eine Kategorie, die heißt Fortnite Event oder Fortnite Festival. Festival war es. Okay. Und ich glaube, das ist deren Ding jetzt sich vielleicht so... Keine Ahnung, vielleicht kriegen wir auch bald so ein... Mit der Star Wars EP irgendwie so ein... Raumschiff-Weltall-Modus irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ich meine, macht ja Sinn. Die haben ja die Basis einfach für ein gutes Spiel. Ist wirklich so. Und vor allem, ich glaube, das kannst du alles bisher Free-to-Play spielen. Das stimmt. Ey, aber wenn ich jetzt für Lego bezahlen hätte müssen, hätte ich es ausgemacht. Ja. Das war ein kleiner Tipp an die... An die... An die Fortnite-Beauftragten. Ja. Dafür würde ich Geld bezahlt. Äh, bist du am Verhungern? Wenn ja, hier sind Bären. Äh, ich hab noch ein bisschen. Ich bin gerade noch unterwegs. Ich mach den... Ich mach den ja Axt. Okay. Hä, wo sind denn meine Bären? Die hab ich doch gerade alle aufgesammelt. Oh, jetzt kommt Regen. Ist nicht gut. Ach, das sind Himbeeren. Kann nicht im Regen benutzen. Ich kann die Werkbank nicht im Regen benutzen. Kannst die Werkbank nicht im Regen benutzen. Ich kann irgendwie nicht. Wow. Das ist der gesamte Hungerbalken. Dieser Kreis. Links oben. Ja, der ist ganz schön leer bei mir. Ich hab gerade acht Himbeeren gegessen. Der ist immer noch leer. Ui. Holy shit, Alter. Ich bin auch am Bock gegangen. Seit einer neuen Axt verarbeitest du alles zu Kleinholz. Wenn es nur eine bessere Möglichkeit zum Abbauen gäbe. Eine Hacke, die spitz genug ist, um Steine zu durchbrechen. Ja, ich wollte gerade eine bauen, aber ich darf nicht im Regen. Du darfst nicht im Regen, Craft? Ich kill jetzt einen Huhn. Boah. Das geht raus an die Willi-Tante. Kannst du mal aufhören. Wieso? Glaubst du, dass wir Ärger kriegen? Nee, aber man muss das ja auch nicht. Das gucken doch auch Kinder hier. Aber die kennen die ja eh. Außerdem wissen die, nee, das wissen die gar nicht, dass ich Vegetarier bin, oder? Ich bin Vegetarier. Ich esse gar kein Fleisch. Schon auch ein besserer Mensch, der Jan, muss man sagen. Schon auch ein besserer Mensch. Da jetzt können sie sich auch einfach ficken gehen. Ey. Ich esse voll viel vegane Wurst tatsächlich. Das war's dann aber auch schon. Das verstehe ich hier alles nicht. Ich möchte das Haus weiterbauen, aber ich darf nicht. Nee, wir brauchen Holz. Ich hab Holz. Achso, wegen Regen darfst du nicht bauen. Achso. Nee, jetzt hab ich verstanden. War die ganze Zeit noch im Baumodus. Bauteile. Dächer. Das hier ist das letzte jetzt, glaub ich. Fundamente. Ich hab ein Haus gebaut. Äh, hä? Aber das hat jetzt gar kein Dach drauf. Achso, das kommt jetzt noch. Das kommt noch. Geh nicht einfach so. Also, ich bin auf jeden Fall am Verhungern. Ich bin gleich tot. Glaube ich. Glaube ich. Oh Gott, das war ein heftiger Voicecrack-Coldishit. Schneid dich raus. Äh, wie, 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 wie. Brauche ich denn das jetzt wieder ab? Huch, ach, da fehlt immer noch was. Das Haus ist fertig. Nice. Ich bin mir jetzt kalt und ich bin am Verhungern. Wir haben Betten, kleine Truhe freigeschaltet und einen Dorfplatz. Was machst du da? Das abbauen, weil ich möchte dort ins Haus sitzen, damit wir wieder craften können. Ich glaub, das geht nicht. Ich hab jetzt erst nochmal gereicht. Oh doch, ich, ich kann das machen. Moment. Ich hab's. Warte, warte, warte. So. Jetzt darf ich wieder was craften. Jetzt mal wie eine Spitzhacke. So sieht's aus. Granit, Seide, Dünger, Wolle. Hast du noch Fleisch? Ich bin legit am Verhungern. Ich auch. Ich auch. Scheiße. Wir haben jetzt auch kein Licht. Gar nichts, ne? Er hat ne Fackel. Wie hast du denn das vorher abgebaut eigentlich? Ui. Ich hab draufgehauen. Einfach. Aber es sieht auch insane schön aus, finde ich. Sehr schön, ja. Das ist ja auch so ein Ding. Fortnite ist ja auch mit, mit die, die Ersten, die gesagt haben, nee, wir machen jetzt keine Demos oder so, sondern wir stellen unser Spiel komplett auf die neue Unreal Engine um. Ja. Ich baue mir jetzt ne Axt. Hier ist ne Kuh. Ey, es tut mir leid, aber ich muss die nehmen. Ja, ja. Wahrscheinlich. Ah, die rennen weg. Der holen so ein... Warte mal, man kann fucking craften. Man kann die auch hinstellen. Wir können Bett bauen. Brauchen wir nur richtig viel Holz. Ich mach das mal, dann können wir vielleicht Tag machen. Ich hab auch noch Holz. Ich hab noch vier Holz. Na, warte mal. Ich mach den Baum hier weg. Gar kein Ding. Gar kein Ding. Machen wir. Oh, mir ist kalt und ich hab Hunger. Es ist gerade ganz wilde Zeiten. Miese Zeiten. Monatsende. Monatsende, du weißt es. Miese Zeiten, Alter. Was mach ich denn mit den Fackeln? Ich werd's dir auch ne Fackel hier abholen können. Mein Hase. Du musst doch nicht im Dunkeln hier langlaufen. Oh, da ist ja auch dunkel schön. Das wüsste ich gar nicht. Oh, ich friere. Schnell ans Feuer. Äh, was wollte ich jetzt craften Fackeln? Jetzt fehlen mir Ranken. Ranken? Ich brauch Ranken. Ah ne, ich wollte ein Bett bauen. Ich hab Ranken. Ich hab Ranken. Ich bin so verwirrt gerade. Ich wollte ein Bett bauen. Ich brauch mehr Holz. Hast du Holz noch? Äh, vier Holz. Fünf Holz. Und ne Ranke hab ich noch hier. Ich prob mal alles. Hast du's gekriegt? Ja. Okay. Vielleicht können wir da zusammenschlafen. Warum stellst du das? Ne, können wir nicht. Ah, scheiße. Das Bett von Jans Märchen. Warum stellst du das eigentlich direkt davor? Boah. Weißt du, ey, wir wollen doch nicht im Regen schlafen, oder? Schnell. Hast du mit, Schatz? Ich brauch Licht. Ja, okay, Moment. Lass uns auf Abenteuer gehen. Da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett. Oh ne, oh ne, oh ne. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Oh, der ist schnell. Der ist schnell. Oh nein, da ist ein bisschen kämpfen, glaub ich. Hol deine Axt raus. Bam. Oh nein, ich hab... Vielleicht kommt der Kuschelbeauftragte gleich nochmal. Ich hab meine Fackel weggeworfen. Boah, ich brauch Holz jetzt hier hinten oder so. Ich brauch Himbeeren. Wo ist mein Lichtbeauftragter? Ich muss... Ich sterb gleich wegen Hunger. Ich muss Beeren essen. Ich sterb auch. Ist mir egal. Ich desire. Es ist mir egal. Du hast es.